Moin, mein lieben Vlogger. Ich bin gerade nach Hause gekommen, bin übelst im Arsch. Moin, mein lieben Vlogger. Es ist mitten in der Nacht. So, mein lieben Vlogger. So, mein lieben Vlogger. So, mein lieben Vlogger. So, moin, mein lieben Vlogger. Heute mal mit dem ersten angerexten Video. So, mein lieben Vlogger. Ich frage die verschiedene. Ich habe die erste Mal wieder gesichert. Moin, mein lieben Vlogger. Ich bin wieder zurück aus Köln. und bin ein bisschen fertig, aber ich dachte es wird Zeit für das 40-Abo-Special, ich hatte eigentlich überlegt, das gestern schon zu drehen und einfach ein 41 Chicken Nuggets Special zu machen, analog zu meinem letzten Special, aber ich dachte mir wird dann schlecht, wenn ich trinke und dann kotze ich irgendwo hin, aber ich habe es dann doch gelassen, aber ich habe mir etwas anderes überlegt. Nach zweier Wochen liegt man natürlich noch nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen brauner geworden. Glaub mir ist gut so, so wie es jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, auch wenn es nicht so leicht ist, dass du jetzt weg bist, weg bist, weg bist, aber leider wurde alles mit der Zeit viel zu hektisch, hektisch, hektisch und ich streich nicht mehr durch sein Haar, ja, nicht mehr durch sein Haar, ja. Gut so, so wie es jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, auch wenn es nicht so leicht ist, dass du jetzt weg bist, weg bist, weg bist, aber leider wurde alles mit der Zeit viel zu hektisch, hektisch, hektisch und ich streich nicht mehr durch sein Haar, ja, nicht mehr durch sein Haar, ja. Unsere Geschichte können dir niemand erzählen, den Weg niemand erklären, solange sie ihm nicht gehen. Yo, da bleibt nichts mehr zu sagen als abgeblockt.